Hallöchen und herzlich willkommen zu einem richtig spannenden Minecraft-Abenteuer mit mir, eurem Lokopa. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, heute mache ich mir was ganz Tolles mit euch vor, denn ich stehe hier vor einem doch recht unheimlichen Gebäude und in diesem Gebäude werden wir heute die Necromancy-Mod ausprobieren. Eine etwas bekanntere, aber richtig abgefahrene Minecraft-Mod, mit der wir wie Lego einfach unsere, ja, Wesen, wie wir sie möchten, zusammenbauen können. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel ein, ja, was ist das eigentlich? Ein, äh, ein Huhn-Creeper-Schaf oder sowas. Und, ähm, ja, solche Wesen können wir kreieren. Wir können auch eine Villager-Spinnen-Creeper-Hexe zusammenbasteln und so vieles mehr. Es gibt so viele Möglichkeiten, es ist wirklich der Hammer. Ja, demnach werden wir heute, ähm, dieses Gebäude erkundschaften. Wir werden unsere eigenen Wesen zusammenbauen, eine kleine Armee gründen und damit einen, ja, ziemlich starken Boss bekämpfen. Das wird sicherlich sehr lustig. Unser kleiner Lumpi ist auch endlich mal wieder am Start, unser kleines Hotterkündchen und wir werden jetzt gemeinsam, wie gesagt, hier einfach mal reinlaufen und gucken mal, was uns hier erwartet. So, Schildkröten müssen leider draußen bleiben. Ich kann nicht lesen. Wir haben hier einmal, ähm, genau, den Bossraum. Da werden wir gleich den Boss bekämpfen. Das wird sehr interessant. Und hier haben wir die Möglichkeit, erstmal unsere eigene Armee zu gründen. Wie funktioniert das Ganze? Es ist relativ einfach. Wir brauchen lediglich einen Altar mit Cobblestone und einem Holzblock. Einfach in dieser Konstellation hier auf den Boden gestellt. Das Ganze müssen wir mit einem mysteriösen Buch rechts klicken. Und, ähm, um dieses Buch zu craften, brauchen wir, ich hoffe, dass ihr alle eure Impfpässe dabei habt. Wir brauchen nämlich eine Flasche Blut. Genau. Demnach, ähm, eine Nadel einfach mal zur Hand genommen. Mit Knochenmehl können wir das Ganze einfach hier zusammenbauen, beziehungsweise umwandeln. Und jetzt brauche ich natürlich noch einen freiwilligen Kandidaten. Ich glaube, das hat Lumpi mitbekommen. Der ist schon direkt abgehauen. Lumpi, komm, bei Fuß. Ich brauche mal ganz kurz ein bisschen Blut von dir. Hier ist er doch schon. Alter. So, Moment. Sekunde. Das tut nur ganz kurz weh, Lumpi. Zack. Und schon haben wir ihm ein bisschen Blut abgezockt. Genau. Unser kleinen Hot-Tog-Hühnchen ist scheinbar eine Blutwurst. Jetzt haben wir hier Glas von Blut. Ich meine, allein vom Namen her. Glas von Blut. Ist das das? Weiß ich nicht. Das klingt irgendwie so adlig, oder? So wie Le Copa von Fußpilz. Oder, äh, ist das Jugendsprache? E-Beams von Blut? Keine Ahnung. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Okay. Ähm, für das Buch brauchen wir noch ein Vanillabuch. Wir brauchen ein Filter, Netherwarzen, Leder und natürlich einen Tintenbeutel. Und mit dem ganzen Kladderadatsch können wir ganz einfach hier im Crafting-Table das sogenannte Necronomicon hier ganz auf Crafting, zack, einfach mal zur Hand genommen. Dieses kleine, recht lustige, schwarze Taschenbüchlein, hier haben wir es auch schon ganz toll designt, können wir nutzen, um dieses Konstrukt in einen ziemlich coolen Altar zu verwandeln. Und jetzt kann es mit unserer Operation losgehen. Ein Rechtsklick ausgeführt, dann seht ihr schon, was für Elemente wir brauchen. Ja, wie gesagt, die Mod ist etwas bekannter, aber dennoch wollte ich euch diese hier nochmal ganz toll zeigen. Ähm, wir brauchen unter anderem Blut, da wissen wir jetzt, wie wir da rankommen, so wie Seelen. Und hier in der Mitte können wir nun selber entscheiden, wie wir unseren Mob zusammenstellen können. Das ist echt cool. Wir können beispielsweise eine, Achtung, Creeper, Spinne, Schafhexe erstellen. Ich meine, wie geil ist das denn? Das wird richtig witzig. Leider funktioniert das nicht mit echten Minecraft-Spielern. Das wäre auch tierisch lustig, wenn man so ein Lukopa-Loro-Stylex-Hetti-Michel-Mob erstellen könnte. Um Gottes Willen, nein. Oder ja. Jetzt brauchen wir natürlich erstmal eine Seele, wie wir an Blut rankommen, das wissen wir bereits. Um eine Seele zu fangen, brauchen wir eine Sense. Craftbar mit Bluts, Stock, Eisenhaken sowie Obsidian. Dann haben wir dieses lange Gerät gecraftet. Oder alternativ haben wir eine noch stärkere Sense, die sogenannte Knochensense. Craftbar mit einem Diamantik-Knochen, eine Sense sowie Obsidian. Dann haben wir dieses Gerät ebenfalls zusammengebaut. Und schaut euch das mal an. Es ist ganz toll modelliert und damit können wir jetzt Seelen einfangen und jagen. Yay, das gefällt mir. Ja, einige fangen Insekten oder auch Pokémon bei Pokémon Go. Wir allerdings fangen Seelen in Minecraft. Hell yeah! Okay, mal gucken. Haben wir denn hier irgendwo eine arme Seele, die wir einfangen können? Zum Beispiel hier die Kuh. Einfach mal zu handgenommen. Auch hier brauchen wir natürlich eine Glasflasche, damit das Ganze eingefangen wird. Einfach mal hier zum Beispiel mit der Knochensense bekämpft. Und schon seht ihr, haben wir direkt eine Seele im Glas. Gefangen. Yay! Hallo meine liebe Kuh, weißt du, was ich in der Hand habe? Das ist die letzte Milch, die du gegeben hast. Hahaha! Zack! Und jetzt direkt und blöpp! Und schon haben wir die nächste Seele eingesperrt. Yes! Na, mein liebes Schweinchen, hast du schon mein langes Teil gesehen? Zack! Und... Moment, bleib hier! Wehe, Lumpy, das ist mein Schwein! Zack! Haha! Und wieder eine Seele gefangen. Ja, nice! Acht Seelen haben wir jetzt schon. Das ist ja cool. Ja, leider können wir die Seelen leider nicht unterscheiden. Also, es ist nur ein und dieselbe Seele. Das heißt, wir können nicht sagen, ja, die Seele kam von einem Schwein, die Seele kam von einer Kuh, die Seele kam von einem Creeper. Leider nicht. Das wird ziemlich allgemein gehalten. Das ist echt schade. Ansonsten hätte man wahrscheinlich noch viel mehr Möglichkeiten, allein das Verhalten der Mobs zu bestimmen, die wir hier kreieren. So, ähm, ja, hier haben wir schon das erste Mitglied, ne, das dürfen wir nicht vergessen. Wir gehen direkt mal wieder hier rein und versuchen jetzt unseren eigenen Mob nun zu erstellen. Dazu brauchen wir natürlich noch ein bisschen Blut, habe ich hier alles schon vorbereitet. So, da können wir schon mal die nötigen Materialien hier reinschmeißen. Zack, 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 und jetzt können wir selber bestimmen, wie unser Mob auszusehen hat. Das ist richtig witzig. Ähm, allerdings brauchen wir dazu ein paar Körperteile, sei es zum Beispiel so ein Hühnertorso oder ein Creeperkopf oder, äh, Tintenfischbeine. Es gibt wirklich sehr viele Möglichkeiten. Wie kommen wir an diese Dinger ran? Dazu brauchen wir, und jetzt kommt es, eine Nähmaschine. Diese können wir ganz einfach craften. Dazu brauchen wir lediglich ein bisschen Eisenfaden und Knochennadel. Dann haben wir dieses Ding zusammengebaut. So, ein Rechtsklick ausgeführt. Nicht erschrecken, wir bekommen ein ganz neues Interface. Äh, wir brauchen hier unternommen Nabel und Strings. Das kann ich hier schon mal reinpacken. Und jetzt können wir, ähm, ganz einfach diese Körperteile zusammenbauen. Ich kann direkt mal ein paar Bilder einblenden, da leider die Crafting-Rezepte mit Otten auf Items nicht aufrufbar sind. Ich werde das nochmal in der Beschreibung verlinken. Dort habt ihr alle möglichen Rezepte für die verschiedenen Körperteile. Es ist immer so ein ähnliches Muster mit spezifischen Items, die man nutzen muss. Unter anderem haben wir Haut, aber auch Muskeln. Und, äh, Lunge darf natürlich ebenfalls nicht fehlern. Wie kommen wir an diese Innereien ran? Dazu müssen wir, ich hab die hier nochmal aufgelistet, äh, Mops bekämpfen. Ich hab jetzt ungefähr 30 Kühe oder so besiegt und ich habe nur einen Muskel bekommen. Deswegen sind diese Innereien doch ziemlich selten. Kommen wir nun zum lustigen Teil, denn jetzt haben wir die Möglichkeit, unseren Lieblingsmob zusammenzubauen. Wir haben wirklich sehr viele Bausteine zur Auswahl. Das ist unglaublich cool. Ich würde sagen, wir nehmen erst mal so ein freundliches Gesicht. So ein Dorfbewohnerkopf, wenn nicht schlecht, das Ganze vielleicht mit einem Kuhrumpf kombiniert. Das heißt, ein Villager mit einem Euter. Haha, das ist geil. Dann vielleicht noch ganz lange Enderman-Beine. Und das Ganze mit, äh, solchen kurzen Hühnerarmen verknüpft. Quasi lange Beine, kurze Arme. Das ist bestimmt besonders lustig. Oh Gott, dafür krieg ich bestimmt einen auf den Deckel. Aber wenn es so einen Mob wirklich geben würde, ich mein, wie geil wär das denn? Wir hatten einen freundlichen, äh, Mob, der Milch gibt. Er kann theoretisch, ja, kleiden und er kann sich wegteleportieren. Haha, das wär echt cool. Aber leider wird nur das Aussehen hier demnach bestimmt. So, dann wär's auch schon, äh, man sieht schon einen leichten Schatten. Ich seh hier schon die Beine, die Stelzen und, oh mein Gott, sind das etwa die Flügel? Ach du Schande. Okay, Shift und Rechtsklick ausgeführt und zack, schon haben wir ihn. Yay, und lol. Ähm, ja, das ist der schönste Mob, den ich je gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich von diesem Wesen tatsächlich Milch trinken möchte. Vor allem diese kleinen Ärmchen. Der rennt schon weg, der hat keinen Bock mehr. Jetzt bleib stehen. Wo ist er hin? Da ist er, bleib stehen. Äh, so, direkt in den Stehmo- Oh Gott. Alter, das ist doch nicht mehr gesund. Ich glaub, da muss irgendein Orthopäde ran, oder? Sieht aus wie so ein Getränkeautomaten, ne? Man kann hier so Milch abzapfen oder sowas. Wir können natürlich auch einzelne Elemente, ähm, kreieren. Das heißt, wir können auch einfach nur, ganz kurz als Beispiel, einen Creeper-Kopf nehmen. Und vielleicht sogar Creeper-Beine. Mal gucken, ob das funktioniert. Wir müssen hier nicht alles ausfüllen. Das sieht halt ein bisschen komisch aus. Zack. Und da haben wir es auch schon. Das ist irgendwie ein bisschen, das macht mir Angst. Ich hab keine Ahnung, was hier abgeht. Okay, was können wir denn noch kreieren? Ich würde mal gern was mit einem Tintenfisch und mit einer Spinne testen. Lol. Ne. Alter, wie geil ist das denn? Wir haben hier eine Spinnenhexe. Boah, das ist ja cool. Das passt voll, oder? Alter. Das ist ja genial. Ich tippe mal, dass man sich auch mit der Morph-Motze in diese Wesen verwandeln kann, ne? 100 Hitpoints. Junge, Junge, Junge. Was ist denn das für ein Panzer? Alter Schwede. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt 8 Tränke auf einmal schmeißen könnte. Das wär der Hammer. Das ist irgendwie auch merkwürdig. Das gefällt mir. Du bist auch dabei. Glückwunsch. Du bist im Recall. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie tun mir diese Wesen leid, oder? Ich weiß, schaut euch das mal an. Das hier ist ein Kuh-Schwein-Tintenfisch-Enderman. Warum? Wer tut sowas? Oh Gott. Vor allen Dingen, wenn es sitzt. Ich liebe es. Es ist so genial. Kann man eigentlich sowas essen? Das schmeckt doch bestimmt sehr interessant. Nein, als ob ich so ein armes Wesen noch essen würde. Obwohl ich ihm wahrscheinlich damit einen Gefallen tun würde. Nein. Nein, ich bin so fies. Okay, dann werden wir jetzt mal unsere ganze Mannschaft, unser A-Team zusammentrommeln. Und dann werden wir jetzt noch einen richtig fiesen neuen Boss bekämpfen, der ebenfalls mit dieser Mod hinzugefügt wird. So, unser Lumpi darf natürlich auch nicht fehlen. Ich präsentiere euch. Ich präsentiere euch. Die Copa-Armee. Damit werden wir gleich einen ziemlich fiesen Boss bekämpfen. Und... Allein der Creeper. Was machst du mit deinem Bein? Sowas kann ich nicht. Und da hinten der Typ ist viel zu langsam. Der kann gar nicht seinen eigenen Körper tragen. Oh Gott, was habe ich hier nur angestellt? Okay, demnach geht es direkt los. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ein ganz neuer Boss, der ebenfalls mit dieser Mod hinzugefügt wird. Und zwar ist das der Isaac aus dem Spiel The Binding of Isaac. Ganz tolle Geschichte. Ich werde sogar hier mal ganz schnell eine Diamant-Ausrüstung anziehen. Und dann geht es sofort los. Auf die Plätze. Fertig. Go, go, Gadget. So, da haben wir ihn auch schon. Das hier ist der Boss. Das ist der sogenannte Isaac aus dem Spiel The Binding of Isaac. Der ist hier am Weinen und schießt mit Tränen. Der kommt in drei verschiedenen Formen daher. Einmal haben wir diese hier. Wenn wir diese bekämpft haben, entsteht die zweite. Und zum Schluss fliegt nur noch der Kopf rum. Ziemlich fies. Aber er wird immer stärker. Und alleine kann man ihn kaum bezwingen. So. Okay, ähm, freiwillige Form. Wer möchte ihn angreifen? Ähm, ich lasse mich einfach mal treffen. Und dann können die anderen den Rest machen. So, okay, los geht's. Einer ist direkt bekämpft worden. So, das ist jetzt die zweite Form. Jetzt schießt er schon blutige Kügelchen hier. Die deutlich stärker sind. Deutlich verletzender. Ja. Und dann haben wir noch die dritte Form. Da fliegt nur noch der Kopf durch die Gegend hier. Seht ihr das mit diesen kleinen Ärmchen da vorne? Das ist ja mal richtig genial. Der hat die perfekte Höhe. Die haben den direkt in die Enge getrieben. Und hat er irgendwas getroppt? Schade, er hat nicht seine Waffe getroppt. Schade, das wäre diese hier gewesen. Die werden wir uns gleich nochmal genauer anschauen. Damit können wir selber solche Tränen schießen. Das ist echt genial. Eine ganz, ganz tolle Waffe, die wir gleich testen werden. So. Ich werde mal ganz kurz meine Minions bekämpfen. Und dann möchte ich die mal ganz kurz nochmal alleine besiegen. Sekunde mal. So, jetzt eins gegen eins, bevor wir die Waffe testen. Hier haben wir nochmal den Eisek mit seinen Tränen. Ganz ehrlich, ich bin auch kein Kummerkasten. Wieso wirfst du mich mit Tränen ab? Was ist denn los mit dir? Hatte ich deine Mutter abgestoßen oder was? So, zack. Da seht ihr es auch schon. Also alleine ist es etwas schwieriger, aber dennoch machbar. Jetzt ist er deutlich stärker. Wie gesagt, ich habe eine Diamant-Ausrüstung an. So, der Knockback ist auch ziemlich ekelhaft. So, zack. Den werden wir jetzt auch besiegen. Mit 75 Hitpoints kommt dieser daher. 27, 19, 15, 7. Und zack. Jetzt haben wir noch den abgetrennten Teil. Und wir wurden tatsächlich bekämpft. Vielleicht muss man da doch eher mit Pfeil und Bogen rangehen. Aber er ist wirklich kreativ, der Boss. Das gefällt mir. Vor allen Dingen mit diesen drei verschiedenen Formen. Ist nochmal was ganz Neues irgendwie. Aber auch hier hat er leider nicht seine Waffe getroppt. So. Die werden wir dennoch ausprobieren. Ich werde die jetzt einfach mal überziehen. Und schon werden wir zum, ja, selber zum Eisek. Und können nun mit Tränen schießen. Eben nach ein kleines Tutorial. Wie können wir nun diese Kappe verwenden? Es gibt zwei Optionen. Entweder können wir selber diese blauen Tränchen aus Wasser vergießen. Indem wir einfach mal die Taste F betätigen. Ziemlich cool. Oder mit der Taste G können wir ebenfalls diese roten Bläschen hier erzeugen, ja. Diese können wir nicht unendlich nutzen. Denn mit diesem Wasserbläschen verlieren wir sehr viele Hungerkeulen. Und hier mit den roten Dingern verlieren wir Herzen. Das seht ihr unten links. Demnach werden wir mal gucken, wie stark diese Dinger sind. Diese haben es wirklich in sich. Wir gehen einfach erstmal hier zur Kuh. Die hat noch vier Hitpoints. Einfach mal mit dieser blauen Träne abgeschmissen. Und ihr seht, dass diese drei Hitpoints abzieht. Hier hinten haben wir auch noch ein paar Kuh. Hier mit zehn Hitpoints. Wunderbar. Direkt mal hier abgeschlossen. Zack. Sechs Hitpoints müssten es sein. Nochmal ausprobiert. Ja, wunderbar. Sehr schön. Also das ist schon ziemlich stark. Das gefällt mir. Das macht echt Laune. Ganz kurz, wie oft man das einsetzen kann. Ich werde jetzt mal ganz auf die Taste F spammen. Nur um zu zeigen, wie viele Tränchen man hier vergießen kann. Ihr seht es auch schon. Die Hungerleiste geht ziemlich schnell den Bach runter. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wegen dem Wasser. Und hier mit diesen roten Pärchen verlieren wir auch einige Herzchen. Da müsst ihr echt aufpassen. Also müsst ihr immer was Essbares dabei haben. So. Damit hätten wir dies ebenfalls abgehakt. Aber eine echt geniale Geschichte, oder? Was meint ihr? Ja, ich hoffe an dieser Stelle, dass ihr kein Tränchen bei diesem Video vergossen habt. Dass ihr ein bisschen Spaß hattet. Ansonsten kann ich euch eine ganz tolle neue Mod empfehlen. Und zwar eine Spionage-Mod, womit ihr eure Mitspieler richtig trollen könnt. Damit könnt ihr nämlich andere Regionen simulieren. Ganz tolle neue Geschichte. Einen Link dazu direkt hier auf dem Bildschirm. Ansonsten geht es demnächst weiter mit Troll Wars und weiteren Minecraft-Mods. Das war auf jeden Fall der Lokoppa. Vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.